Ich habe noch nie viel vertragen, doch ich kenne mein Limit genau. Ein Mangerie auf nüchternen Magen und ich bin Hackeblau. Das Gute daran ist, dass ich Drogen dadurch gar nicht erst brauch. Denn bei allen anderen Drogen tut es ein Placebo auch. Wozu da Kokain? Ich kann auch ne Lein. Oder Zuckerziehen? Knallt genauso rein. Wozu da noch Weed? Ich seh kein Reiz dabei. Ich halt ne Salzscharne lässig zwischen zwei Finger, nehm einen Zug und bin heil.